Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei GTA 5 und, oh Gottchen, es ist ja ewig her. Äh, neue Fahrzeuge wurden an der Garage hinzugefügt, eine neue Waffe wurde deinem Inventar hinzugefügt. Okay, ich glaube das ist das Spezial-Karabiner. Okay, ähm, ja es kam ja ewig kein, ach es kam nicht nur mal GTA 5, es kam ewig kein, gar gar nichts mehr. Es kam ewig gar nichts mehr, äh, es tut mir auch ein bisschen leid, aber ja, wie gesagt, ich hab so ein Infovideo zwischendurch mal rausgebracht und da wird es ein bisschen erklärt und ich bin momentan im Umzugsstress. Ich fang ja jetzt bei Nitrado an und, äh, ja da hat man so ein bisschen Stress, ne, und, äh, Umzug und so weiter. Aber ist jetzt eigentlich alles durch, ich hab ne Wohnung gefunden, Umzug steht zwar immer noch an, aber ich kann jetzt immer noch ein bisschen aufnehmen. Und, äh, hab ich damit auch gedacht, äh, ja, das machst du jetzt mal. Denn, äh, sonst kommt wieder ewig keine Folge und ich werde das jetzt auch ein bisschen weitermachen, also ein bisschen GTA 5, na, aufnehmen. Schnauze. Ein bisschen, äh, The Walking Dead aufnehmen. Day of the Ten-Tagel kommt natürlich auch noch und mit Philipp werde ich auch noch irgendwie Castle Crashers aufnehmen und werde ich auch noch irgendwie dazwischen quetschen. Äh, das werden wir schon alles hinkriegen. Aber, jetzt geht es erstmal, geht es, wo, wo, wo geht es denn eigentlich hin? Fangen wir zum Tee? Trevor. Ja, wir fahren mal zu Trevor und schauen mal, was bei Trevor so abgeht. Ich hab gar keinen Plan mehr, wo wir letztes Mal waren. Äh, ich hoffe mal, dass der Speicherstand stimmt. Das, äh, manchmal hängt das ja ein bisschen. Äh, und dann kommt man wo ganz anders raus, als man eigentlich wollte. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Aber sollte eigentlich stimmen, der Speicherstand. Wir machen jetzt einfach hier weiter. Ist mir doch scheißegal. Nein, nein, Spaß. Ähm, die Karre ist, naja, es geht, von der Geschwindigkeit her. Wee. Das Auto ist komplett im Arsch. Egal. Es schleift nur ein bisschen vorne, aber. Geht's jetzt wieder? Oder hat sich das Rad freigebackt, oder wie? Nee. Alter. Das schleift, das schleift übel jetzt. Aber das vordere Rad doch auch, oder? Nee. Ja, das, das linke quasi. Nee, du hast recht hängen ein bisschen, aber ist egal. Ähm, wir sind ja eh gleich da. Alter. Ach, fick dich doch. Ich will gleich einen Granatenwerfer raus, den hast du aber. Hier, Spaß, das hast du da. Was ist denn das? Ich bin das. 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 Gib mir die Zeitungen. Whatever. Dad. Ok Welches von den beiden? Alter ist der voll Loll Welches denn? Das hier? Ok Ach Quatsch Wir könnten den zum Altruisten Altouristenkult bringen Der ist aber hier oben Ne das ist ein bisschen zu weit Hey, danke für das, Mann Oh Oh, du hast mich schlafen Okay, danke für das, Mann Wie Sie sehen, ich könnte mich überraschen Kein Problem Aber der Joykiller Und er hat eine Guilt-Trip auf mich Can you believe Sie wollen mich zu gehen? Gehen? Oh, take it easy Oh, shit Boah, ist das Oh, ist das eh geil Oh, ey Oh, hat der aus dem Fenster gekotzt Oh, was ist... Sorry about that Uh, most of them went out of the window Uh, uh, throw some cast Throw some cast Boah You can always try to shut it up See how that feels Karin ist hier aber auch scheiße War Oh, ja, ich fühle mich besser Das Tastical Vomit Really sort me out Starving now Oh, yes I still got some clock and bell at home From last night I am all over that I tell you The planets are aligned, bro Karma is sucking my boy right now I promise you're not as interesting as you think you are Okay 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 Haben wir ihn einfach mal mitgenommen Ist mir umgefallen Alter, das Spiel hat so viele Details auch, ne Das ist manchmal echt schon ein bisschen Echt schon ein bisschen crazy Aber ich finde es gut Oh Ups Sorry dafür Sorry, oh Ich muss fahren Die Cops Also kann ich das gar nicht aktivieren Wow Alter Die Karre fährt sich aber wie Kacke Aber ich hab auch noch keine andere gerade Ich bin schon mal so nah an dem Mikro, ey Das ist doch Kacke Man geht immer mit dem Kopf so nach vorn Das ist ein bisschen beschissen Oh Alter Ja klar Bus haltestellt aus Stahl Naja, egal So Äh Hier lang Alter Boah Ja, es ist out of control Da hast du recht Aber das liegt an dem Auto Nicht an mir So Äh Mew Nation Wollte ich jetzt nicht hin Nein Boah Alter Da haben wir noch einen Stern Das ist ja Kacke So Nöt nöt Wui Klar Ja, ich glaube das hat die Macht Irgendes Genick gebrochen Driver Ich glaube das hat es Alter Knapp hier Kommen wir hier lang So Hören wir den Stern los Perfekt Und hier rein Und Wo ist denn das Ah hier Und Parten Aussteigen Treppe hoch Äh So Na komm Kommen die Treppe lauf ich ja schneller hoch Trevor Naja Ja Oh nein. Oh god. Oh god. I'm not a person, are you? Oh, I'm that kind of person, Floyd. I am that kind of person. Now, let's get you, Wade, and that little tormentor down there to put these on. We are going for a ride. Gentlemen, the gateway to America awaits. Run, we got an inside man at the port of LS. I'm going to send you some information. I need you on pointe to help plan things. I got it, T. I really miss you. Okay. Okay, dann fahren wir doch mal zu den Docks. Pier 400. Ich hab hier grad mal, warte mal. Fährt er runter? Ja, der weg. Oh. Okay. The server. I stole a puzzle in elementary school and I've been regretting it ever since. Boy, I always work your stick in the mud. Look. The server. Please. Just. Tell me what you want and I'll do my utmost to assist you in finding it. Here's the problem. I don't know what I want. It's a bit, well, like pornography or a perfect turn. I can't quite describe it, but I'll know it when I see it. You ain't aidin' my comprehension. Alright, alright. Well, how's this? 236 billion dollars worth of cargo came through the port of Los Santos last year. He's real good with numbers. I don't wanna hijack a truck full of pineapples, Floyd. You need to give us the inside track on what's coming through. We don't know what's in the containers. They certainly don't put price tags on them. Have you noticed anything? Anything different? Anything that might indicate something? Well, there's been all these, uh, Merriweather folks hanging around. Merriweather Security Consulting. Private army to the New World Order. My butt's gone, uh. The folks waging outsourced shadow wars in 20 countries around the globe. And recently cleared to operate on U.S. soil. That, um, sounds like them. So there's a private militia in the port. What are they guarding? This one freighter? I guess now that you mention it... It ain't quite right. A freighter. Perfect. Can I get on board? No, no. They won't let you anywhere near it. They're kinda assholes about it, actually. The other day, my colleague Ralph... I don't give a shit about Ralph. We gotta take a look. Is there anything else? There's another bunch of Merriweather guys out by the Navy warehouse. They got boats coming in and out. I heard they was testing something. Alright. We'll take a look at that as well. Okay, dann schauen wir uns das nochmal an. They the only way out the port? Yeah. Once you're off, you're straight on the highway. A truck can come here, load up and get on the blacktop. Keep on going until he runs out of gas. Real poetic. What happens if an alarm trip? The national office of security enforcement monitor the whole area. Something goes off in Port City. Every road around here gets shut down. No way anybody could come in or out. So... Go park and get the dispatch. Yep, will do. Go park and get the dispatch. Come on, shift's about to start. Okay, fang wir hier lang, fang wir hier lang. Here comes the soup. I gotta check in. Remember, Floyd. This can go real wrong, real quick. We got a waste village and I got a slot on the clean up crew. There is nothing. That Wade here ain't gonna do for a warm meal. Oh, you got a strong stomach, son. Get in there. For a little Floyd. Okay. Take me to see this freighter. Yeah, it's over here. You ever got helicopters coming in and out of here? You know those big sky crane things that can pick up a whole container? Now this is restricted air space. They won't let anything out of here without clearance. Shoot it down if they have to. So how's a man in a hurry supposed to get in and out of this place? Well, we got a port that's stretched to 50 feet. Now what's the coast guard response like? Well, they got cutters, 45 foot response vessels, air support. You're not gonna move much faster than them. Especially if you're carrying something. Maybe I'll have to saddle you up and ride you across the Miriam Turner overpass. I just said they had the water surface real covered. Okay. That is the freighter I told you about. What do you think they got on it? We just stevedore them. We ain't meant to know what's in the containers. But? But these are marked military. Government. Anything weird about that? The government stuff is hot freight. Pulls up, goes right through. This stuff's just been sitting here. You are beginning to arouse my curiosity. Over there, 2 o'clock. Looks like Forrest got on the wrong side of some Merriweather guys. You! You! We need two guys on the handler. Couple of containers and Bay B gotta be brought up to half. That ain't a question. Up here, okay? Okay. How about I run that prick over in this thing? I thought you wanted to scope the place. We don't get the containers. They're gonna check your card. I'm getting nervous. You're always nervous. Relax. Not always, sir. Just around you. And it's just the cousin Wade's on his own. He better hold it together. Stick to the story. He'll be fine. Boys on a Waste clearance crew. He's never happened when he's neck deep and shit. Trevor! Good, Stim, we're, glaub' ich, keinen Fehler, man. We're doing these containers. Bay B. Das ist alles. Jetzt müssen wir es nach Bay L bringen. Ich weiß warum sie nennen sie Handlers. Weil sie Handler wie ein Traum machen. Das ist kein Spiel, Sir. Es ist Maschinen. Danke, Gott, ich bin hoch als ein Kite. Du solltest nicht operieren dieses Fahrzeug während der Influenz. Ich werde dich unter der Influenz operieren, wenn du nicht vorsichtig bist. Okay. Also es ist alles hier abgesperrtes Gebiet auf jeden Fall. Oh, den sollten wir nicht umfahren. Alles abgesperrtes Gebiet. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, glaube ich. Ich werde eine bessere Sicht des Fahrzeuges brauchen. Entschuldigung, aber das ist so nah, wie du gehst. Nein, nein, nein. Ich muss ein paar Bilder nehmen. Ich sende ihn zu meinem Mann, Ron. Ich werde eine bessere Sicht. Oh, der arme Wade. Ne, Quatsch. Das ist ja gar nicht Wade. Das ist ja... Genau. Floyd ist es. Genau, Floyd. Wie komme ich denn auf Wade? Ah, so. Oh, perfekt. So, gehen wir nah ran. Und? Ja, das wird wahrscheinlich sogar noch so sein. Äh, okay. Ah, setzen wir das hier so ein bisschen schräg ab. Nur nicht fallen lassen. Okay. Okay. Es ist auf dem Topf des Kräns für mich. Fahren wir hier durch und dann laufen wir ein Stück. Okay. Wir laufen lieber langsam. Sonst fallen wir eventuell noch auf. Das wäre auch nicht so gut. Obwohl, so ein bisschen können wir ja... Ich hab's eilig. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. It's good, it's good. Yeah, 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 yeah. So. Okay. So. Kommt der nach? Äh, Floyd? Floyd! Floyd ist nicht da. Okay. Hey, da geht es hier weiter. Okay. So. 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 Right. Okay. 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 Lassen wir doch lieber die Einsicht Das ist glaube ich besser So Und du hast gesagt, du warst nicht qualifiziert Geh zurück zum anderen Ende und starte wieder Geh zurück zum anderen Ende Ne, wir müssen da lagen, okay Ne, wir fahren erstmal Das ist irgendwie cool gemacht Ich finde das cool Okay Okay So, ein Stück rüber Ein Stück runter Ein Stück rüber Ne, warte mal Der muss noch ein bisschen Zack Okay Und jetzt weiter Das ist echt cool Ich feiere das Okay Okay Hier steht der andere Uh Klar Okay, wir machen eine Pause und machen ein paar Fotos. Ey, Trevor, ne? So, müssen wir an das Ende da... Okay. Schnapp-Matic. Machen wir das mal. Fotografiere den Bug des Schiffes. Bug ist vorn. Hier ist doch. Hier ist doch. Hä? Ach so, das ist vorn. Wer sagt das doch? Uh! Du, jetzt hab ich so. Ach so. So. Fotos gesendet. Ron. Okay. Ron meldet sich dann. Dann gehen wir jetzt wieder hier runter. Nein, nicht da runter. Oh Gott. Sind jetzt böse ausgehen können. Aber wir haben das alles gemanagt. Und wir haben uns schon wieder völlig überzogen. Ich mach die Folge jetzt gleich mal. Ich mach jetzt die Folge zu Ende. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.